Musik Das war's für heute. Das war der schöne Sprung, den ich jetzt aufnehmen kann, wenn die nicht dabei gibt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Daniel, du musst ja mit uns vorher schon klettern, wenn du nichts siehst. Oh, wie süß. Der ist doch ganz schön. Oh, guck mal, die Mutter springt runter. Cool. Das war's für heute. 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 Hallo, passt eben nicht. Jetzt kommt zu. Du bist gut nochmal. Ja. Das war's. Das war's. Aber ein normaler Schuss? Oder? 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 Ja. So, dein Wasser noch. Geht er auch ins Wasser? Ey, da war er von der Ecke da, besprungen ins Wasser. Dann ist das Wasser hochbesprungen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist der Motorrad. Wir stehen gerade da. Und wo sind die Elefanten? Ich glaube, da. Jetzt habe ich ihn bereit. Ja, ich habe ihn fotografiert. Aber ich weiß nicht, wo er stark ist. Weil der ist so schnell gelaufen und da hat sich direkt wieder rumgedreht. Ich hätte es keinmal stehen gewesen. Also nur ganz, ganz kurz. Ich glaube, da ist so schnell gelaufen und da hat sich direkt wieder rumgedreht. Ich glaube, da ist so schnell gelaufen und da hat sich direkt wieder rumgedreht. Ich glaube, da ist so schnell gelaufen und da hat sich direkt wieder rumgedreht. Ich glaube, da ist so schnell gelaufen und da hat sich direkt wieder rumgedreht. Ich glaube, da ist so schnell gelaufen. 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 Und deswegen, weil die da immer so ein Mädchen ist. Und deswegen, weil die da immer so ein Mädchen ist.